Hallo alle Freunde, ich wollte euch nochmal kurz ein frohes neues Jahr wünschen. Ja, endlich 2021. Ich hoffe, dieses Jahr wird etwas besser als das letzte Jahr. Das konnte man ja dank Covid-19 etwas in die Tonne kloppen. Aber wir müssen natürlich positiv über dieses Jahr denken. Ich wollte euch nur kurz ein frohes neues Jahr wünschen und einen guten Start ins Jahr 2021. Und jetzt viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Hallo alle Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind hier auf Kashyyyk und wenn wir sagen, nicht lange schwab hin, helft mir den Wookies hier zu entkommen. Letzte Folge haben wir es ja geschafft, die Wookies zu befreien. Und jetzt müssen wir sie nur noch von der Raffinerie wegkriegen. Ich kann nicht an ihm dranbleiben. Haltet mir den Rücken frei. Ich kann nicht mehr kämpfen. Okay. Deine Freunde. Schieß aus das Ziel. Komm schon Jedi, kämpf gegen uns. Wir schaffen das. Komm und kämpf mit uns. Bereit machen. Jedi, wir haben zu wenig Feuerkraft für den Rumpf. Sind dabei. Tschüss. Das war nicht gut, Freunde. Hey, 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 hey. Das war nicht gut. So. Gucken, wo wir jetzt respawnen. Ich hoffe nicht allzu weit weg. Dass wir nicht noch den ganzen Weg wieder zurücklaufen müssen. Aber ich denke mal, dass wir wieder viel laufen werden. Hey, 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 hey. Na dann. Okay. Die reformen Zeit geht mir gerade ein bisschen auf den Kekse. Ah. Auf nach oben wieder. Sie wehren sich immer noch unklug. Unbewusst. Wie jetzt, ist ein bisschen unfair. Los. Lass ihn her. Hilfe. 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 Stemp. Stemp. Hierher. Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr gut Puh, dann haben wir es ja geschafft Na endlich Haben wir es geschafft Alle mal zuhören Es waren viele harte Jahre Wir haben Kameraden verloren Freunde Familie An das Imperium Oh ja Dunkle Zeiten Trotzdem Brennt das Feuer noch Die Hoffnung Brennt noch Die Jedi Sind noch nicht verloren Wir Sind noch nicht verloren Kashyyyk Ist noch Nicht verloren Für die Sache Und die Welt Sehr schön Du weißt, was das Imperium Kashyyyk angetan hat So etwas passiert überall in der Galaxis Meine Partisanen könnten ein Jedi gebrauchen Das ehrt mich Aber Ich muss zuerst noch unsere Mission zu Ende bringen Verstehst du? Die Mission hat vor So Ich bin Marie Kozan Und das ist Commander Choisek Ich freue mich mal kennenzulernen Tut mir leid, ich spreche es nicht fließend Choisek sagt, er hilft dir, damit du Taful findest Und wird für dich bürgen Ihr glaubt, er lebt noch? Zuversicht, Kerl Wir halten Kontakt mit deinem Chef Für die Sache Du kennst Taful Er gehörte zu Tafuls Leuten Er wurde aber gefangen Schade Seine Rettung war für Taful zu riskant Er war monatelang in der Raffinerie Choisek hilft dir, Taful zu finden Könnte aber dauern Sind viel unterwegs Mehr will ich gar nicht Danke Das ist gut Können wir sagen Nicht lange schwaffeln Wo müssen wir hin? Eher hin, okay Und hier steht auch wieder das Kanonboot Hey, kannst du dich durchlassen? Möchte gerne da rein Äh, Mr. Torbeauftragter, hallo Ihr kämpft schon so lange Hat euch der Krieg was gelehrt? Tragödien vereinen Menschen Alles, was das Imperium uns nimmt Macht uns nur stärker Ungerechtigkeit bewegt andere, sich uns anzuschließen Halten wir zusammen Können wir siegen So wie heute Danke Boah, recht hat er recht, ne? Hey, hey, hey So, durfte ich dann hier auch mal Loslegen? Aber ist schon, bis wir hier Was überladen Sag ich doch Hey, BD1 Und runter Ich hab die imperiale Kommunikation überwacht und was aufgeschnuppt Projekt Bohrer wurde reaktiviert Das Imperium könnte bald ein weiteres Dethograph finden Dann haben wir noch Arbeit vor uns Okay Können wir sagen Okay, weil zu oberst hier zurück Hätt ich mal gesagt Mentes Ah, jetzt wird er hier gelandet Die anderen sind okay Du siehst immer alles positiv, was? Ui Hey, äh Danke Für alles Was sagen? Auf zurück Hey, Seer Gut Du bist unversiert zurück Marie Kosan hat uns gesagt Dass du Tafel nicht gefunden hast Ich riskiere gern unser Leben für nichts Klingt doch nach Spaß ohne Ende Wer sagt nichts Marie und Joyce, wir schaffen es Ich mag deinen Optimismus Den könnten wir alle hin und wieder brauchen Ich bin auch ein positiver Typ Ich weiß positiv, wenn ich sterbe Wird mich das ärgern Du warst gut, Kerl Noch haben wir Tafel nicht Aber du hast Leben gerettet Vergiss das nicht Danke Was sagen, gehen wir an Bord Und fliegen wieder das schnellste Möglichst zurück Irgendwohin Nur nicht da von mir Da gefällt's mir nicht Irgendwohin nur nicht da von mir Ne, ist klar Zurück nach Sepho Das Imperium fand vielleicht ein Sepho Grab Uns bleibt keine Zeit Schade Einer von Source-Tempern sprach von einem wichtigen Spiel Ein paar Credits würden uns nicht schaden Glückten? Denken Sie nach, Grease Irgendwann wird diese Paxion-Brot sie doch noch erwischen Diese Typen Die höre ich aus einem Parsec Entfernung Was fehlte noch, dass ihre Spielsucht uns in Schwierigkeiten mit Verbrechersyndikaten bringt Stimmt ja, stimmt ja Sie haben recht Ich will nur hin und wieder etwas Stress abbauen Verstehen Sie? Aber das liegt alles hinter mir Es wird sicher kein Problem geben Na hoffentlich Ich kann mich setzen, Captain Hallo Okay, wir sind da Setz dich auf deinen Platz Okay Ach, der liegt ja immer noch Neues Ziel Auf der Rollenkarte hinzugefügt Ah ja Schauen wir doch mal nach Oh ja Ah okay Einscheidend muss ich mich Nach hier hinten vergeben Dazu muss ich hier hinten Rein Okay, gehe ich mal durch den verlassenen Hangar Hier durch Und dann Immer weiter hier durch Auf geht's Äh Ich glaube nicht Sollte ich besser Kannst du mir helfen? So Okay Okay Ich fülle ihn Aha Hallo Freunde Die Power ist vorbei Ja, aber die ist definitiv vorbei Sehr gut Wir haben zwei Fähigkeitenpunkte Freunde Ich würde mal sagen Zeit das auszunutzen Sind wir noch auf dem richtigen Weg Jupp Noch sind wir auf dem richtigen Weg Sehr gut Gut Dann meditieren wir mal ne Runde Und setzen unsere neuen Fähigkeitenpunkte ein Eieieiei Mhmmm Kehr kann ein Überkopf hier Über mich Ja, das ist doch nicht schlecht Okay Doppelt Dreieck Gut zu wissen Gut Doppeln Du darfst Hallo Freunde So Jetzt müssen wir Unten lang Genau Oh, nettige Fücher Oh Ui Funktioniert Was, zu viel für dich? Oh Ernsthaft Ganz schön verpackt hat er sich denn da Dieser scheiß Felswand, ey Ei, ei, ei Das war dezent peinlich, Freunde Dezent peinlich, dass wir gegen den verloren haben Oh gut, hat sich auch das bisschen doof in die Wand reingepackt Passiert mal Ei, 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 ei Ja Ei, 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 ei Ich würde mal sagen, Freunde Wir machen an der Stelle auch Schluss für heute Wir sehen uns Am Montag wieder Bzw. später sehen wir uns ja noch einmal bei Legos da aus der Wache der Macht Und hoffentlich dann auch Heute Abend um 21 Uhr Im Hochtivenhände Wochenende Stream Ich hoffe ihr seid dann dabei Also bis dahin reingehauen Und möge die Macht mit euch sein Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal